Machen wir nichts kaputt? So fliegt der. Entweder machen wir das. So fliegt ihn? Nö. Weiß ich nicht, was du vorhast. Und vorwärts geht's. Warte mal, wir können uns auch noch so machen. Lass mal laufen. Es war so, oh Gott, weißt du? Nur mal schnell denken. Ja, das würde ich gehen, gell? Also, die nächste Nummer. Da ist jemand frei. Du willst auch, du? Du kriegst mir die ganze Luft durch. Geht ihr noch mal? Nein. Vielen Dank. Wir haben ja aus der Hand gestartet, eigentlich möchtest du ihn wieder so haben, wüsst du wie jetzt? Na dann tut dir keinen Zwang an. So machen wir das hier. So, wollen wir nochmal da oben durch, schnell effekt, ja? Ja, freilich. So, es geht ab in die Tegern. Schnell, es sind schon zweieinhalb Minuten. Gar nicht drin. Ja, die Zuschauer müssen sich das hier angucken, die ganze Länge. Ja. Also beil dich. Warte gleich. So schneiden wir durch die Krause. Alter Schwede. Guck mal. 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 Danke. So, ich hänge den Bruder bitte dran. Ja, das stimmt. Gut, danke schön.